Ich bin zum ersten Mal jetzt da und es ist super, super cool. Da sind ein loter happy, shiny people da, das passt klar. Das Pulpar Festival ist für mich echt Sommersonne, das macht vor allem der Sommer aus eigentlich. Das Pulpar Festival ist einfach gigantisch, coole Leute, geile Musik und einfach eine super Atmosphäre. Es gibt nichts besseres. Da gibt es nicht viel zu sagen, es ist eine coole Challenge und schöne Arbeit. Schön. Der Livemusik war schon brutal gut, muss ich sagen. Gar von Gall, keine neuen Fehler. Und dann kommt natürlich noch eine Spitzenband nach. Bestens. Ich bin ein ganzes Mal. 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 Abde Era Wagner und ich bin ein ganzes Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020